Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 2. November. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News vorbereitet. Wir starten diesmal mit Signal, gehen dann weiter zu Sony, gehen dann zu Microsoft HoloLens, zu Amazon Prime, zu Google, zu Sinaloji und zu Ikea. Wir starten wie gesagt bei Signal und der Messenger, ist ja vor allem für seine sichere Kommunikation bekannt. Es gibt ja einige Leaker-Größen, wie zum Beispiel Edward Snowden, die diesen Messenger immer wieder sehr gerne empfehlen, aufgrund seiner Sicherheit. Der hatte bisher allerdings, meiner Meinung nach, ein ganz krassisches Problem. Es gab keinen vernünftigen Desktop-Klient dafür. Das hat sich ab sofort geändert. Es gibt jetzt Clients für Windows, macOS und Linux. Wer also Signal nutzen mag, kann das ab sofort auch auf jedem Desktop-Betriebssystem tun. Wir kommen zu Sony und die beleben den AIBO wieder. AIBO, erinnert ihr euch? Das war so ein kleiner, ja, Roboter, so ein kleiner Hund quasi, ein Roboterhund. Und die waren damals sehr vorsinnflutlich. Der wurde vor zehn Jahren eingestellt mittlerweile bereits, oder fast vor elf Jahren. Im Jahr 2006 wurde der AIBO eingestellt. Jetzt wird er wieder wiederbelebt quasi. Wie sich das tatsächlich durchsetzen wird, ist allerdings die andere Frage. Das Ding soll Anfang nächsten Jahres rauskommen. Es wird anfangs nur in Japan verfügbar sein. Der Hund kostet 1492 Euro umgerechnet. Wenn man das allerdings vollständig nutzen mag, dann braucht man auch Sonys AI-Cloud. Da nimmt dann der Roboter quasi über SIM-Kartenslot-Verbindung mit dem Internet auf. Wenn man da dann ein AI-Cloud-Abo abschließt, das läuft dann für drei Jahre, kostet das Ganze zusammen 2246 Euro umgerechnet. Wird also kein großes Produkt für den Massenmarkt sein und den klassischen Hund insofern in den europäischen Haushalten auf jeden Fall nicht bedrohen. Wir kommen zu Microsoft und da gibt es gleich mehrfach gute News. Wir fangen an mit der HoloLens. Die ist ja mehr oder minder eigentlich schon frei verkäuflich, aber in Österreich und zum Beispiel der Schweiz nicht. Gestern gab es bekannt, dass man in 29 weiteren Ländern starten wird. Ebenfalls Österreich und Schweiz sind dabei, aber auch Tschechien, Slowenien und Slowakei und Ungarn. Die Brille ist dann erhältlich für 3299 Euro. Jetzt auch nicht unbedingt was für zu Hause. Da hat Microsoft ja seine Mixed AR-Brillen aktuell im Angebot. Die starten ja schon bei 299 US-Dollar. Die Brille ist eher für den professionellen Einsatz vorgesehen und kann jetzt eben auch in anderen Ländern, eben in allen Ländern des Geek Talks quasi, käuflich erworben werden. Wir kommen zu der Konsole von Microsoft, der Xbox One, beziehungsweise der Xbox One X, die nächste Woche erscheint. Und da gibt es jetzt eine überraschende und sehr, sehr coole News. Im Endeffekt ist Amazon Prime Video jetzt auf diesen Konsolen allen verfügbar, auch auf der neuen Konsole. Es ist auch Streaming in 4K damit möglich. Damit schlägt Microsoft so ein bisschen Apple ein Schnippchen. Apple TV-Besitter müssen ja immer noch warten darauf, dass Amazon Prime Video verfügbar ist. Auf der Xbox, ja, kommt das jetzt einfach so. Am 7. November soll es soweit sein. Dementsprechend, ja, ab 7. November direkt mit Start der Xbox One X könnt ihr 4K-Inhalte von Amazon direkt über eure neue Konsole streamen. Wir kommen zu Google und ich bin seit zwei Tagen auch Kunde eines Google Home-Produkts. Ich habe mir den Google Home Mini geshoppt und ich hatte es sehr, sehr, sehr schwer herauszufinden, was denn tatsächlich alles mit diesem Google Home Mini geht in Sachen Smart Home. Da gibt es nämlich über 1.000 unterstützte Geräte von über 150 Firmen. Google hat offensichtlich meinen lautlosen Hilfeschrei gehört. Seit gestern gibt es ein neues Support-Dokument, wo all diese Gadgets aufgelistet sind. Sehr praktisch, kann man auch vernünftig durchsuchen. Damit könnt ihr erfahren, wenn ihr euch eine Google Home Mini oder Max zulegen wollt, welche Produkte von Google unterstützt werden. Kleiner Spoiler, ich habe es eh schon mehr oder minder gesagt. Es sind sehr, sehr, sehr viele, ich möchte quasi sagen, fast nahezu alle. Wir bleiben bei Google. Diesmal geht es über einen Bug, der mich gestern am Dienstag auch sehr, 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 vorgestern am Dienstag auch sehr, sehr, sehr fertig gemacht hat. Google Docs waren meine Zugriffe nicht möglich auf diese Dokumente, was ziemlich blöd beim Erstellen der Daily war, weil wir arbeiten da bei Google Docs. Jetzt gibt es eigentlich eine Stellungnahme des Konzerns. Es handelt es sich um einen Fehler. Aufgrund eines falschen Codes wurden quasi manche Dokumente als fehlerhaft bzw. abusive, also als Sicherheitsbedrohung eingestuft und konnten nicht geöffnet werden. Ich kann euch sagen, der Geek Talk wurde offensichtlich auch als Bedrohung eingestuft. Unsere Dokumente gingen gestern nämlich leider auch nicht auf. Wir kommen zu Synology. Und der Hersteller der NAS hat jetzt zwei neue Systeme quasi im Einsatz. Ich rede jetzt nicht von Hardware, sondern ich rede von Software. Da tut sich einiges, und das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Die neuen Dienste, die Synology da anbietet, sind meiner Meinung nach alle sehr interessant. Jetzt gibt es eben zwei neue. Einerseits das Synology Drive, das ersetzt die Cloud Station Server. Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Im Endeffekt geht es bei der Software darum, dass man quasi Daten zwischen Geräten und seinem NAS synchronisieren kann. Jetzt gibt es die neue Software. Sieht recht hübsch aus. Aktuell in Beta. Kann man sich mal angucken. Beta immer so eine Sache, aber auf der anderen Seite, im schlimmsten Fall, kann man da ja sofort wieder zurückrollen. Es ist ja nur eine Software, die ihr quasi zum Zugriff auf eure Dateien verwendet. Die tut ja sonst nichts. Dementsprechend nicht so dramatisch. Anders bei Synology Moments. Das ist keine Beta. Das ist mittlerweile erschienen, wenn ich das soweit richtig verstanden habe. Moments ist im Endeffekt so quasi die Google Fotos-Lösung, würde ich es mal fast nennen. Im Endeffekt, ja, die Fotostation gibt es ja schon. Damit könnt ihr euch Fotos angucken und irgendwie synchronisieren und alles. Moments geht da jetzt einen Schritt weiter, schmeißt ein bisschen AI drauf und kann dann quasi Gruppierungen bilden, Momente bilden. Nach Orten zum Beispiel, das mag jetzt nicht so toll sein, aber auch nach analysierten Gesichtern zum Beispiel. Das ist dann schon mal einen Schritt weiter und macht das Ganze nice noch ein bisschen schlauer und für mich persönlich zum Beispiel noch interessanter. Wir kommen zu Ikea. Und Ikea bietet ja seit dem Sommer eine eigene Smartphone-Lösung an für das Thema Beleuchtung. Threadfree heißt das Ding. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. und erwarten die Nutzer ja schon sehr, sehr, sehr lange, dass endlich die Integration in HomeKit kommt, also das Apple Smart Home System. Und die wurde immer wieder verschoben. Überraschung, Überraschung. Seit gestern, dem 1. November ist die verfügbar. Ich habe euch einen Eintrag auf lebesmarter.ch verlinkt einem neuen Projekt aus dem Bukipsen-Network. Martin hat dort auch ein Video aufgenommen, könnt ihr ihn euch angucken, wenn ihr wollt. Der freut sich. Ikea Treadfree-Kunde sehr darüber, dass es jetzt auch endlich in HomeKit ist. Wir bleiben bei Apple-Lösungen und ich habe die Woche ja schon von neuen Entwickler-Betas gesprochen. Jetzt dann quasi die offizielle Meldung, es ist nicht nur ein Entwickler-Beta, kann jetzt auch aus Public-Beta runtergeladen werden. Die Rede ist namentlich von iOS 11.2 und iOS 11.2. Wegen den großen neuen Funktionen müsst ihr euch nicht laden. Für Entwickler ist da einiges dabei. Siri-Kit zum Beispiel zur Kommunikation mit dem HomePod. Für normale Anwender gibt es diesmal aber relativ wenig bis gar keine, zumindest aktuell, Änderungen, was die Software betrifft. Das war es mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch ein schönes Allerseelen und wir hören uns dann morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020